und damit hallo und es kommt so zu es geht zwei hat immer es hat aufgenommen wird dort hat 4 so so und tanken mit kinder komm ich kann jetzt mal wenn es Geldabstück Kunde aber scheiß drauf dann machen und durchfahren ist auch geil dass die bots jetzt auch bei der tankstelle auch beim Kanzler auch anhalten es mich ist nicht hallo hallo ich bin nämlich der Ort 1 sind auf die Bord zu tanzen von Arndt durchgefahren wenn wir auch zwei halten auch den hübschern und fünf Jahre und tanken die Spitze noch größter nur noch 15,26 87 Kilometer und 22 Minuten müssen ankommen 21 22 22 23 23 23 23 24 25 25 25 25 24 25 25 Ich denke bestimmt, boah, ist Wiesner gefahren, ey, ich kann nicht überfahren, ey. Gut. Wien und Salzburg, äh, Wien und Linz da. Wien und Linz, da ist jetzt noch Münzburg, da aufbiegen. Ich bin jetzt mal ab, weil ich hoffe, ich sehe gerade so auf der Karte, wir müssen jetzt abbiegen, weil da kommt auch Linz. Jetzt mal bremsen, und zwar, jetzt mal bremsen, oh Gott, da grüne scharfe Kurve. Ich hasse so ausfahrten, sie ist auf der Karte schon. Hoffen wir, dass wir nicht umkippen, ne? Gut, dann muss ich dann ja noch da abbiegen. Jai! Warten nur und so ne... Habe ich jetzt wegen ihnen Schaden oder was? Warte, ich will kurz mal einen Karte machen. ... ... ...